Hey, Hulk hat auch für ihn ein weiteres Far Cry 6 Video auf meinem Kanal für euch am Start. Und ihr seht es schon, es sieht ein wenig anders aus mit dem Vulkan hier auf der Insel und dem roten Wasser. Wir befinden uns nämlich mitten im ersten großen DLC von Far Cry 6, in dem wir in die Rolle vom Bösewicht aus dem dritten Teil schlüpfen von Vaas. Und das DLC ist ein wenig anders auch vom Gameplay, denn es handelt sich hierbei um ein Rogue-like. Das bedeutet, dass man, wenn man stirbt, sehr sehr viel verliert und quasi wieder von vorne beginnen muss. Aber beginnen wir auch erstmal von vorne, indem ich euch zeige, wie man das DLC startet. Dafür müsst ihr hier in jedem der Lager zu dem Fernseher gehen und dort habt ihr dann die Möglichkeit das Add-on anzuwählen. Wichtig, nicht jeder hat kostenlos Zugriff darauf, es ist Teil des kostenpflichtigen Season Passes. Später kommen als Teil davon dann auch noch die Bösewichte aus Teil 4 und 5 dazu, aber vom Prinzip her wird es immer gleich laufen. Das ist immer dieses Rogue-like System, dass ihr auf dem niedrigsten Level startet und später dann auch weitere Level, die immer schwieriger werden, freigeschalten bekommt. Aber ihr behaltet auch eure Ausrüstung aus dem vorherigen Run. Außer ihr sterbt natürlich, dann verliert ihr zumindest einen Teil davon. Aber zum Beispiel die Waffen werden euch permanent freigeschalten und Upgrades, die ein Waffen vornehmt oder spezielle Modifikationen, die ihr an euch selber vornehmt, die bleiben euch für immer erhalten. Was ganz cool ist. Also ein paar Sachen könnt ihr permanent freischalten mit Kohle. Also es gibt hier quasi ein System, wo ihr die ganze Zeit Geld einsammeln könnt von gefallenen Gegnern, von Truhen, von bestimmten Missionen und das könnt ihr dann ausgeben, um eure Waffen permanent zu verbessern. Also mehr Mod Slots freizuschalten oder für euch selbst permanente Upgrades freizuschalten, wie zum Beispiel eine größere Gesundheitsleiste, mehr Spritzen mitzunehmen. Wichtig, die Gesundheitsregeneration erfolgt nicht automatisch. Ihr müsst euch dafür immer was injizieren und davon mehr zu haben, ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Generell bekommt ihr auch immer aus jeder Kiste eine dieser Spritzen raus. Es macht also zum Beispiel Sinn, erst mal, wenn ihr voll seid, eine auszugeben, um euch halt wieder voll zu machen, um dann weiter raufzusammeln. Das Schwierigste ist halt immer am Anfang, erst mal klar zu kommen und das Grundprinzip zu verstehen. Das ist so, ihr seht die gesamte Insel bei mir gerade freigeschalten. Es gibt hier drei wichtige Stellen, an denen ihr quasi Teil eines Messers sammeln könnt. Und wenn ihr die drei Teile habt, könnt ihr im Prinzip dann aus Vars Gefängnis entkommen. Und es gibt so Teleporter-Türen, die euch zum jeweils anderen Teil der Insel führen. Also zwei für zu anderen zwei und so weiter. Und es gibt dann halt noch so kleine, ich sag mal Prüfungen, wo ihr bestimmte Anzahl von Gegnern erledigen müsst. Aber es gibt auch zwei bis drei coole Rätselspots, nenne ich sie mal. Zum Beispiel ein versunkenes Haus von dem Professor damals, von dem dritten Teil, wo ihr Rätsel lösen müsst, indem ihr teilweise unter die Wasseroberfläche geht, weil quasi das Haus dort unten gespiegelt ist. Also ziemlich interessante Sachen. Aber meistens geht es darum, einfach nur Gegner wegzuhauen. Auch um Waffen freizuschalten, müsst ihr einfach nur eine bestimmte Anzahl von Gegnern immer weghauen. Und da kann ich euch nur empfehlen, schaltet möglichst früh die Schrotflinte frei. Es gibt nämlich nur eine davon und die wird euch den allerwertesten retten. Generell gibt es auch gar nicht alle Waffen aus Far Cry 6, sondern nur eine sehr bestimmte Anzahl. Wie gesagt, es gibt nur diese eine Shotgun, es gibt einen Granatenwerfer, es gibt die eine Pistole, mit der ihr startet, es gibt ein paar MPs, ein paar Sturmgewehre und so weiter. Aber ich würde euch wirklich diese Shotgun sehr ans Herz legen, weil die einfach selbst auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn ihr die ein wenig aufwertet und wenn ihr die richtigen Fähigkeiten dabei habt, zum Beispiel, dass ihr mehr Schaden verteilt. Wenn ihr durchs Zielfernrohr zielt, dann könnt ihr die Gegner wirklich sehr schnell und effizient aus den Reihen pflücken. Generell ist es so, dass ihr durch eine Insel strömert und wie gesagt, dann auf der Suche nach diesen Teilen von dem Dolch seid, aber eben auch andere Gadgets noch durchaus finden könnt, andere Waffen freischalten könnt, immer noch mehr Geld bekommt, mit denen ihr euch weitere Fähigkeiten holen könnt. Und es wird auch so einen kleinen Tag-Nacht-Zyklus geben. Während der Nacht gibt es auch noch so Geister, die auf euch zukommen. Also da immer Vorsicht, denn wenn die an euch herankommen, verteilen die großen Schaden und ja, euer Ziel ist einfach nur zu überleben, irgendwie bis ans Ende zu kommen und dann eigentlich schon die nächste Schwierigkeit durchzuballern. Aber generell habt ihr nach dem ersten Run, wenn ihr euch da ein wenig Zeit nehmt, ich zum Beispiel habe knapp vier Stunden gebraucht für meinen ersten Run und ich bin auch nicht gestorben, also ich habe es gleich beim ersten Mal durchgespielt, habe auch wirklich alles entdeckt und eigentlich alles gesehen, was mir das DLC zu bieten hat. Es gibt noch ein paar kleine Sammelgegenstände, die ich noch brauche, aber die nehme ich dann beim nächsten Run auseinander, um die Trophäen auch noch zusätzlich abzusnacken. Aber ja, was die Visionen von Vaas angeht, die Hintergrundgeschichte habe ich eigentlich alles gesehen und die sind auch recht nett gestaltet, muss man sagen. Aber ansonsten geht es halt wirklich nur darum, wieder die ganzen Gegner auseinander zu nehmen, wieder diese Challenges zu machen und ja, da ändert sich vom Gameplay eigentlich jetzt nichts mehr. Es wird zwar immer wieder bessere Waffen geben, die Gegner werden stärker, verteilen mehr Schaden, haben mehr Gesundheit, wird an sich ein bisschen anspruchsvoller, aber der Gameplay-Loop an sich bleibt ja der gleiche. Also ich bezweifle einfach mal, dass wirklich viele Leute alle fünf Stufen durchspielen werden. Ich würde mal sagen, grob geschätzt nach fünf Stunden Spielzeit habt ihr wirklich alles gesehen, alles entdeckt, alles gesammelt, was das Spiel zu bieten hat, beziehungsweise dieses DLC. Für fünf Stunden Spielzeit, naja, da lohnt sich der Season Pass alleine natürlich nicht dafür, aber ihr bekommt ja noch zwei weitere DLC-Teile, wie gesagt, und ihr bekommt auch noch ein paar Sachen für das Far Cry 6 Grundspiel. Wenn ihr nämlich das VAS DLC durchknabbert, bekommt ihr ein paar Ausrüstungsgegenstände und könnt euch quasi als VAS kleiden. Die Ausrüstungsgegenstände an sich sind ganz okay, hin und wieder ein wenig mehr Ausdauer, aber generell nichts, was mich jetzt vom Hocke haut. Es gibt ansonsten aber auch noch den Shop, der sich aktualisiert hat, über den wir auch noch gleich sprechen können, aber jetzt als Fazit von meiner Seite, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, die Insel mit VAS zu erkunden. Die Hintergrundgeschichte war ziemlich interessant und ich finde natürlich auch den Voice Actor grandios. Dieses, you know, die Definition of Insanity ist einfach in meinem Kopf gebrannt noch von Far Cry 3. Ich habe das geliebt damals, ist auch immer noch mein Lieblingsteil, von dem her war es schon ziemlich cool, da mal wieder in diese Nostalgiegefühle reinzutauchen, im wahrsten Sinne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr so viel verpasst, vor allem wenn ihr nicht auf dieses Roguelike an sich steht und wenn ihr das Waffengameplay von Far Cry 6 jetzt nicht als besten Teil empfindet, dann werdet ihr damit wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß haben, denn wie gesagt, es geht meistens nur ums Ballern. Auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel eine Ultimate Edition habt und euch überlegt, da mal reinzugucken, weil da ist der Season Pass ja eh dabei, dann würde ich sagen, macht das auf jeden Fall, vor allem wenn ihr Far Cry 3 damals gespielt habt. Aber kommen wir zurück zu Far Cry 6 im Hauptspiel und Lolas Schwarzmarkt, der hat sich nämlich mal wieder aktualisiert. Es gibt wieder eine Menge Rüstungsteile zu entdecken und die finde ich sogar ziemlich gut. Das FND-Barett und das T-Time-Jäckchen, das normalerweise nur Teil des kostenpflichtigen Watch Dogs Legion-Paketes ist, sorgen beide dafür, dass ihr weniger schnell von Gegnern entdeckt werdet. Aber die Jacke finde ich sogar noch besser. Die Weste erhöht nämlich die Verteidigung gegen so ziemlich alle Munitionsarten. Die Hose zum Beispiel nur gegen panzerbrechende Munition und so kenne ich es auch von den meisten Ausrüstungsgegenständen. Aber gegen so ziemlich alle Munitionsarten ist schon ziemlich nice. So eine ähnliche Weste bekommt ihr nochmal am Ende des Spiels eigentlich, aber wenn ihr noch nicht so weit seid, ist die schon ziemlich stark. Auch sich schneller zu bewegen beim Verarzten klingt erstmal cool, aber leider ist die Bewegungsgeschwindigkeitserhöhung da ziemlich gering. Ansonsten Ostfront MP5 1887, man kennt die ja schon, aber hier drei, die wir so noch nicht gekannt haben oder wieder dazugekommen sind. Der bewaffnete Widerstand hier eine Desert Eagle Variante, die leider ein wenig weniger Schaden macht als die normale Desert Eagle, die ihr so schon finden könnt. Aber sie hat natürlich nochmal den Mod Slot und die Option, dass ihr vier Sterne Mods draufpacken könnt. Nach zwei Wochen wieder in den Schock gekommen und weiterhin umgeschlagen. Die Spars 12 Schrotflinte, mega gutes Ding, vor allem mit den vier Sterne Mods dazu. Und neu die Ars Val, ein neues Stummgewehr, das es durchaus in sich hat. Weitaus besser als das, was ihr gegen Ende des Spiels normalerweise finden könnt. Und wie immer, wenn ihr das Spiel quasi von der Hauptsache schon durchgespielt habt, gibt es eine weitere Woche, wo ein bestimmter Landstrich wieder von Gegnern übernommen wird. Und wenn ihr den eben cleart, bekommt ihr als Belohnung die EVA Sniper. Eine durchaus schlagkräftige Sniper, also nicht ganz die beste im Spiel, aber fällt schon auf jeden Fall unter die Top 3 Sniper, die ihr so benutzen könnt. Vor allem hat die eine Mod drauf, die dafür sorgt, dass der Schalldämpfer nicht so schnell überhitzt. Was im Prinzip dafür sorgt, weil ihr eben nur 7 Schuss habt, dass der Schalldämpfer eigentlich gar nicht überhitzen kann. Weil sobald ihr die 7 Schuss aufgebraucht habt, wird sowieso automatisch nachgeladen und dann ist der Schalldämpfer auch wieder abgekühlt. Also ganz cool, wenn ihr eben ein wenig auf Sniper-Action aus seid. Auf jeden Fall was, was sich lohnt, wenn ihr eben schon so weit seid, was die Hauptstory angeht. Aber nachdem ich jetzt etwas länger Pause gemacht habe wegen anderen Spielen, habe ich jetzt auch wieder richtig Bock gehabt, mal wieder ein wenig in Far Cry einzutauchen. Das war's, DLC hat mir noch mehr Bock gemacht auf die Hauptkampagne, die ich jetzt auch endlich mal durchballern werde. Von dem her, schreibt mir gerne eure Meinung, falls ihr das schon gespielt habt oder ob ihr Interesse daran habt, gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanal-Gitschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris the Joker, René, Markus, Matze, Big Chris TV, Lillard Sassin, der Lukas, Geralt, Chilton, Christian, Kimi, Gray Shooter, Adia zu Offiziellen, Noxy, Sonic, Mary, Ifred, der Postler, Lesen und Marcelo. Vielen Dank an euch, ich war abschließend, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Denn es ist der Kartoffelkönig mit seinen Videos zu allen möglichen Open-World-Spielen und mehr.